Austin Roll ist das Oldtimer-Treffen in Borna, welches dieses Jahr zum zweiten Mal stattfand. Wir waren da und haben nun ein paar Impressionen für Sie. Heute haben wir hier das Austin Roll. Ein Oldtimer-Treffen, man sieht es im Hintergrund, die Fahrzeuge. Richtig bunt gemischt. Aus allen Epochen haben wir irgendwo was dabei. Das geht los mit IFA-Fahrzeugen. Richtig schicke Ami-Schlitten hinter mir. Momentan ist natürlich die Epoche DDR. Trabant, Wartburg, Lada ist alles hier am meisten jetzt momentan vertreten. Aber, wie gesagt, es sind auch viele schöne anderen Modelle mit vor Ort. Ich bin sehr zufrieden mit der Veranstaltung. Also wir haben super viele Besucher hier. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Es wurde sehr gut hier in Borna angenommen. Und ich denke, da gehen wir in die dritte Runde hier in Borna. So. 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 So.